Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minenkraft. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen gewartet, so dass wir hier mal das Zeugs hier rausnehmen können. So, das haben wir jetzt mal alles hier rein in das System. Bisse auf die Spinnenseite. So, jetzt fangen wir an. Quarz, Dust. Halt, nein, passt auf. Halt, Stopp. Jetzt machen wir folgendes. Grein, da ist er. Eins, zwei, drei, vier, zwei Pflastersteine. Okay. So, dann. So, kommst du mal da rein? Ja, fast richtig. Ich hatte ein Holzzahnrad. Gibt es ein Holzzahnrad? Das kommt oben. Genau falsch rum. Und Quarztast. Dann kriegen wir den Quarz-Grainstone. So, den Grainstone, den packen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Einmal nehmen wir jetzt eins, zwei, drei, äh, Kristalle. Zack, zack, zack. Ach so. Moment. Wie? Wie? Wie ist denn das Gerät? Apply. Okay, passt auf. Item. Ähm. 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 Foden Crank. Das ist es. Okay. 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 Understand this. So, ich brauche mal da nicht. So. Dumm. Ein Woden Crank. Den brauchen wir da natürlich. Und noch mal. Na komm. Das dauert jetzt ein bisschen. Glaube ich. Wird das ein bisschen dauern. Ich habe keine Ahnung. Hier. Jawohl. So, da drehen wir jetzt, da pressten wir jetzt mal ein bisschen, ähm, das draus. Jetzt haben wir aus einem, haben wir schon wieder das. 19,25 haben wir nur noch. Acht. 12. Jawohl. So. Machen wir ein bisschen Dust. Dann machen wir uns. Kabeln. Ein. so ich glaube so langsam können wir anfangen so daraus machen wir uns jetzt erst mal 20 normale den rest lasse ich mal drin vielleicht brauche ich die dann wieder für irgendwas dann guck mal wieder so x muss ich unbedingt einstellen dass das irgendwann mal automatisch gemacht wird und von jedem einzelteil immer zehn drin sind machen wir irgendwann glas 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 eisen 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 ok passt auf kriegen wir hin wo wir das in der mitte das so dann eisen eisen kolben zwei kolben brauchen wir also wir haben zu wenig fucking steine darin ja so haben wir zwei kolben ein kabel zack zack haben wir zwei export dann brauchen wir in moment wie moment ich brauche dafür klebrigen was ist das ist jetzt was mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet na gut wir gehen jagen wir gehen jagen die nacht und zwar in den sumpf wir brauchen schleimbälle naja nöiudeloide naja naja du bist denn du für einer naja 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 wieso naja naja ich hab nichts zum abbauen dabei das ist ein spider rider so irgendwas getroppt ist bei den rider nichts besonderes gut rennen wir weiter auch ab in den so fucking 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 fuk fuk river biome desert also ich hoffe nur wirklich dass hier in dem sumpf irgendwelche schleim ließen ziemlich keiner zum klein ließ ok das schon du kommst hier kommt hier ihr kleinen kackviecher oder auch erst mal so ich brauche nur ein paar schleimbälle von euch mehr brauche ich nicht hier höre ich auch noch hier könnte nicht schwimmen ihr könnt nicht schwimmen oder wie easy ok 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 no problem da ist noch ein schleim aber wir wissen immer wo wir schleime sammeln können alles kein problem hups es gibt slime desert äh desert slimes interessant interessant so na dann da wir jetzt bescheid wissen dass wir davon drei x import export und dann brauche ich noch einen äh ebitter und dann kann ich die erste mhm einschalten den ersten recycler ich bin mir nicht sicher ob wir das für jeden recycler brauchen wie viel energie die quasi benötigen haben wir sehen wir dann momentan arbeiten wir auch nur mit low voltage wir haben noch kein umwandler für medium und dann braucht man auch wieder ein upgrade was wenn die maschinen reinstecken damit die medium auch annehmen ich glaube für irgendein gerät brauche ich sogar dann irgendwann mal high voltage gehen wir aber erst mal schlafen und ich so jetzt wird die kohle echt gering wir schalten mal das kohlewerk wieder an das gerade keinen sinn hat länger zu warten hm ja hm 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 hier läuft noch nichts mehr dann hören so auf jeden fall essen wir jetzt erst mal ein paar so dann haben wir noch mal zu mir aus rein war da weg scheiß doch drauf haben wir alles rein da so wir benötigen jetzt für den wieder 12 eisen ein kabel das liegen uns jetzt einfach mal alles raus ok dann plopp gut hätten wir schon mal das dann brauchen wir das teil in der mitte den haben wir schon das heißt wir machen einmal das oben und den quats die konnte ich sogar so stehen lassen oder nie warte doch so dann haben wir dich nämlich dich mal mit dich nehme ich mit dann haben wir den dann war ich hier wieder auf mit euch falsch lauf dir so langsam wieder bei mir so dass das haben wir dann brauchen wir den die mitte hallo imi tja so guck mal was wir dafür brauchen brauchen wir wieder so ein ding aber das ist relativ einfach weil ich glaube da haben wir fast alles das mal das mal das plops ich sogar mehrere machen zack redstone torch ok nochmal jetzt die torch so muss ich noch irgendwas craften nee zack zack eisen eisen und das kabel machen wir den immer da dann nehme ich mir die gesamten restlichen kabeln raus dann hätten wir das als nächstes bauen wir den recycler und auch ok da war auch mal close down staub tja ihr habt nichts gesehen zack so aber das machen wir in der nächsten folge dann können wir schon anfangen einen Generator brauch ich mal dann noch, aber der ist easy also, tschüss!